Mein Name ist Benjamin Kiesewetter. Ich arbeite hier am Institut für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und die Arbeit, für die ich mit dem Stegmüller-Preis ausgezeichnet wurde, ist mein Buch, The Normativity of Rationality. Also ich habe mich tatsächlich schon, glaube ich, bevor ich überhaupt mit Philosophie konfrontiert war, im akademischen Sinne, für Vernunft oder Normativität interessiert. Und vielleicht im folgenden Sinne, man wird ja auch schon als Kind oder Schüler irgendwie mit Normativität konfrontiert. Einfach in dem Sinne, dass es Autoritäten gibt, die von einem was fordern oder erwarten oder einem was befehlen. Und man findet das nicht immer gut begründet. Und ich habe eine ganz starke Sympathie für die Idee, dass alle Normen, die wirklich verbindlich sind, Normen sind, für die man auch gute Gründe nennen muss. Und diese Grundidee kommt vielleicht auch aus so einer Art von Skeptizismus gegenüber Normen in der Welt, die oft nicht besonders gut begründet sind. Und die haben mich vielleicht dahin gebracht, mehr über den Zusammenhang von Normen und Gründen nachzudenken. In dem Buch geht es im Wesentlichen um die Frage, ob wir rational sein sollten. Und diese Frage kann man eigentlich nur beantworten, wenn man auch die größere Frage beantwortet, was es eigentlich heißt, rational zu sein. Und ich verteidige in dem Buch eine Konzeption von Rationalität, nach der Rationalität darin besteht, korrekt auf Gründe zu reagieren. Diese Gründe können ganz verschiedener Art sein. Es können Gründe sein, die was mit unserem Wohlbefinden zu tun haben. Es können moralische Gründe sein. Ich glaube auch, die Tatsache, dass ich jemandem was versprochen habe, ist ein guter Grund, das dann auch zu tun. Ich glaube auch, dass es dann auch rational ist, diesem Grund entsprechend zu handeln. Man ist offenbar strukturell irrational, wenn man inkonsistente Meinungen hat. Man ist aber auch strukturell irrational, wenn man eine Meinung hat, von der man glaubt, dass man nicht hinreichende Evidenz für diese Meinung hat. Und im Bereich des Praktischen sind die beiden Formen von struktureller Irrationalität, die ich mir insbesondere angucke, also der Fall, wo eine Person einen bestimmten Zweck verfolgt, der Überzeugung ist, dass ein bestimmtes Mittel dazu notwendig ist, aber dieses Mittel nicht verfolgt, beziehungsweise nicht beabsichtigt, dieses Mittel zu nehmen. Das ist instrumentelle Irrationalität. Und auf der anderen Seite Willensschwäche, also die Form von struktureller Irrationalität, die vorliegt, wenn eine Person der Überzeugung ist, sie sollte alles in allem etwas tun, ist dann aber nicht beabsichtigt zu tun. Und diese Arten von Beispielen stellen eben eine Herausforderung erst mal dafür, eine Theorie wie meine, die Rationalität verstehen will als ein gutes Reagieren auf Gründe. Denn hier scheint eine Person irrational zu sein, gerade unabhängig davon, welche guten Gründe sie für jeweils ihre Einstellungen hat, sondern einfach nur deshalb, weil sie Einstellungen hat, die miteinander nicht zusammenpassen, die inkohrerend sind. Die zentrale Idee der Arbeit ist es, strukturelle Irrationalität als eine Form von substanzieller Irrationalität zu erklären. Letzten Endes ist es doch so, dass strukturelle Irrationalität ein Versagen ist, korrekt auf Gründe zu reagieren. Ein Beispiel für strukturelle Irrationalität ist ja, eine Person glaubt P, eine Person glaubt aber gleichzeitig nicht P. Und meine Erklärung dieser strukturellen Irrationalität setzt voraus, dass eine dieser beiden Einstellungen nicht hinreichend durch Gründe gestützt werden kann. Wenn die Wahrscheinlichkeit von P nicht etwas höher ist als die Wahrscheinlichkeit von nicht P, dann hat man nicht hinreichende Gründe, P zu glauben. Und aus diesem einfachen, plausiblen Prinzip folgt schon, dass eine Person, die sowohl P glaubt als auch nicht P glaubt, mindestens eine Einstellung hat, für die sie nicht hinreichende Gründe hat. Nach meiner Konzeption bedeutet Rationalität so viel wie auf gute Gründe reagieren. Das heißt im Wesentlichen, das zu glauben, was wir guten Grund haben zu glauben, wofür wir gute Evidenz oder gute Belege haben. Und das zu tun, wofür wir gute Gründe haben. Also insofern auch eine weite Konzeption von Rationalität, die eine ganze Menge einfängt als rational. Also es ist zum Beispiel auch eine Konzeption, die bedeutet, dass es rational ist, aus moralischen Gründen heraus zu handeln und nicht eine Konzeption, wie man sie aus anderen Bereichen kennt, wo es immer nur rational ist, das Eigeninteresse zu maximieren. Stichwort Homo economicus. Es ist auch eine Konzeption von Rationalität, die erlaubt zu sagen, dass Emotionen rational sein können. Also keine Konzeption, nach der Rationalität und Emotionalität in einem Konflikt miteinander stehen, jedenfalls nicht grundsätzlich, sondern eine Konzeption, die sagt, naja, Emotionen können ja auch gut begründet sein. Wir haben manchmal gute Gründe dafür, wütend zu sein oder ängstlich zu sein. Und manchmal können Wut und Angst aber auch schlechter begründet sein. Und dann, wenn Emotionen gut begründet sind, sind sie nach dieser Konzeption eben auch rational. Und nach dieser Konzeption folgt dann auch, dass wir rational sein sollten. Denn ob wir korrekt auf Gründe, auf gute Gründe reagieren sollten, das kann man eigentlich sozusagen schwer bezweifeln. Mein Buch ist in gewisser Weise relativ radikal, weil es behauptet, dass die ganze Idee struktureller Rationalitätsnormen, die eine ganze Menge Philosophen sehr attraktiv oder selbstverständlich finden, dass die Idee sozusagen ein Mythos ist. Warum sollten wir eigentlich kohärent sein? Warum sollte Kohärenz als an sich die subjektive Kohärenz zwischen Einstellungen etwas sein, was wir anstreben sollten? Kohärenz ist ein Nebenprodukt von Rationalität. Es ist ein Nebenprodukt davon, korrekt auf Gründe zu reagieren. Die Idee, dass wir Kohärenz um ihrer Selbstwillen anstreben, ist ein Mythos. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, Kohärenz ist ein instrumenteller Wert, ist wichtig, etwas anderes zu tun, was man guten Grund hat zu tun. Zum Beispiel gute Gründe, auf unser langfristiges Eigeninteresse zu achten. Das Problem ist in dem Fall, dass wir eine falsche Überzeugung haben, dass etwas gesund für uns ist und tatsächlich gar nicht gesund für uns ist, sondern ungesund, dass in dem Fall das Befolgen der Kohärenznorm eben nicht dazu beiträgt, das Gesunde zu tun, sondern sogar dazu beitragen kann, das Ungesunde zu tun. Das zeigt, dass eine Kohärenznorm nicht notwendig instrumentell dazu beiträgt, dass wir das tun, was wir unabhängig von der Kohärenznorm guten Grund haben zu tun. Diejenigen, die meinen, Rationalität ist letztendlich eine Frage, die etwas damit zu tun hat, strukturelle Rationalitätsnormen zu befolgen, die sind inzwischen soweit zu sagen, ja, und wir haben auch oft keinen Grund, das zu tun. Wir haben keinen Grund, rational zu sein. Und da sehe ich eben ein Problem. Wenn wir jemanden als irrational bezeichnen, dann kritisieren wir ihn. Und da setzen wir eigentlich voraus, dass es einen guten Grund gibt, rational zu sein. Und das kann diese Konzeption, denke ich, nicht einfangen. Eine wichtige Herausforderung für so eine Konzeption von Rationalität, wie ich sie vertrete, nach der Rationalität darin besteht, korrekt auf Gründe zu reagieren, ist die folgende. Rationalität ist nach Meinung vieler, und ich würde auch zustimmen, etwas Mentales ist. Superviniert, wie manchmal gesagt wird, auf geistigen Eigenschaften. Zwei Personen, die dieselben geistigen Eigenschaften haben, mentalen Eigenschaften haben, können sich nicht unterscheiden in Bezug auf die Frage, ob sie rational sind oder irrational. Gleichzeitig scheint es plausibel anzunehmen, dass zumindest viele Gründe, die wir haben, externe Fakten in der Welt sind. Zum Beispiel ist die Tatsache, dass es draußen regnet, ein guter Grund, einen Regenschirm mitzunehmen. Die Tatsache, dass ich etwas versprochen habe, ist ein guter Grund, das Versprechen zu halten, etc. Und diese beiden Ideen zusammenzubekommen, dass Rationalität als etwas Mentales darin bestehen kann, auf gute Gründe zu reagieren, wo gute Gründe zumindest häufig Tatsachen in der Welt sind, und externe Tatsachen sind. Das ist, denke ich, ein größeres Projekt. Ich mache in dem Buch ein paar Vorschläge dazu, wie das gehen kann. Aber ich glaube, da ist noch nicht das Ende der Debatte erreicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.